Hier befinden wir uns in unserer Bike-Garage und ganz nach dem Motto der Oldtimer auf die Bässe, fertig, los, kann man auch mit unserem E-Bike starten. Tolle Ausgangsrouten ins Basayertal, schön zu Wasserfällen, das Etchtal entlang bis zum Kalterer See, durch die Mitterbergumrundung, Möglichkeiten gibt es zur Genüge. Genauso unsere geführten Wanderungen, fahren wir mit unserem Hotelbus, Obes Langfenn, auf dem Möllterner Kaser, der schöne Tschöckelberg, ins Basayertal, Hirzer Gebiet, Meran 2000 oder in Marling, der Marlinger Berg mit dem Fiegeljoch. Möglichkeiten gibt es immer wieder, auch einen schönen Picknickkorb mitzunehmen, der wird von uns in der Rezeption ausgestattet und dort erwartet Sie dann ein wunderschönes Highlight in den Weinbergen, Obstplantagen oder auf den Bergen.